Die Verleumdung Polens hat ein Ende. Das neue Jahrtausend wird nur noch weiß und ruch. Das sagte Staatsanwalt Zbigniew Leerschnack zum Ende der Fretzekonferenz. Und jetzt kommt für Sie... Du bist schon wach? Ja. Wo warst du gestern? Ich habe die halbe Nacht auf dich gewartet. Ich war in meiner alten Gegend. Warst du im Hotel? Mhm. Wieso? Der Direktor wollte mir etwas geben. Was denn? Irgendeinen Brief. Und? Er wurde gekocht. Der Brief wurde gekocht? Nein, der Direktor. Jemand hat den Direktor gekocht. Im Küchenkessel. Lebt er noch? Mhm. Was man sieht, erntet man auch. Für, 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 für Dieu. Mhm. Mhm. Bura!